Kennt ihr das? Ihr baut euch in Zelda Tears of the Kingdom ein Fahrzeug, doch kommt immer nur 5 Meter vorwärts, weil eure viel zu kleine Batterie leer ist? In diesem Video zeige ich euch nicht nur, wie und wo ihr in Tears of the Kingdom eure Batterie erweitert, sondern auch, wie ihr sie bestmöglich nutzt und die mit Abstand schnellste Methode, um alle von ihnen zu bekommen. Dazu gibt es natürlich jede Menge Tricks, damit das Ganze enorm einfach ist und euch nie wieder die Energie ausgeht. Also eben absolut alles, was ihr wissen müsst. Viel Spaß und let's go! In Zelda Tears of the Kingdom benötigt ihr für das Benutzen von Zona-Bauteilen Batterien. Je größer eure Batterie, desto länger könnt ihr eure Zona-Bauteile bzw. euer Fahrzeug benutzen. Starten tut ihr in diesem Spiel mit einer Batterie und bekommen könnt ihr maximal 16 in diesem Spiel. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, äh, Zeldameister, an Linksgürtel ist aber nur Platz für 8 Batterien. Jep, das ist völlig richtig. Jedes Mal, wenn ihr eine Batterie hinzufügt, hängt auch eine Batterie mehr an Linksgürtel. Das gilt aber nur so lange, bis Link 8 Batterien am Gürtel hat. Wenn ihr jetzt eine 9. hinzufügen wollt, dann behaltet ihr eure 8 grünen Batterien, aber die erste grüne wird jetzt blau. Also erst 8 grüne, dann 8 blaue. Macht 16 Batterien. Natürlich hält eine blaue Batterie jedoch länger, ansonsten wäre es ja auch kein Upgrade. Aber ist ja auch völlig egal. Wie erweitern wir unsere Batterien denn jetzt? Ganz einfach, ihr müsst Sonanium sammeln. Sonanium ist ein Erz, das es im Untergrund von Hyrule gibt. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, schließlich ist der Untergrund einer der größten Neuerungen in Zelda Theotica. Dieses gesammelte Sonanium tauschen wir dann bei einer Schmiede unserer Wahl gegen Sonau Energiekristalle ein. Eine solche Schmiede findet ihr zum Beispiel bei der verlassenen Zentralmine. Bei diesen Schmieden könnt ihr dann entweder 3 Sonanium für einen Sonau Energiekristall oder 3 große Sonanium für einen großen Sonau Energiekristall eintauschen. Man kann sich Sonanium also wie eine Art Währung neben Rubinen vorstellen. Ein großer Sonau Energiekristall ist übrigens so viel wert wie 20 normale Energiekristalle. Somit ist es also völlig egal, welches von beiden ihr kauft. Und genau diese Kristalle sind dann nämlich auch der Schlüssel, wie wir mehr Batterien bekommen. Nehmt sie einfach und geht mit ihnen zu einer Batteriestation. Die einfachste Batteriestation, die absolut jeder von uns in 5 Sekunden erreichen kann, denn wir haben sie alle bereits schon freigeschalten, befindet sich auf der verlassenen Himmelsinsel neben dem Nachio Yaha Schrein, also dem Schrein der Umkehr. Ihr müsst euch einfach dahin teleportieren und dann mit diesem Konstrukt hier reden, denn dieses Konstrukt wird euch die Energiekristalle abnehmen und dafür im Tausch Batterien geben. Für alle 100 Sonau Energiekristalle bzw. alle 5 großen Sonau Energiekristalle bekommt ihr ein Drittel einer Batterie. Ja, ihr habt richtig gehört, für alle 100 Energiekristalle bekommt ihr ein Drittel einer Batterie. Deswegen hat auch jede Batterie diese 3 Abteile, die unabhängig voneinander leuchten. Diese seht ihr übrigens auch beim Benutzen eines Sonau Bauteils hier. Jede Batterie von euch ist in 3 Teile unterteilt. Das sind eben jene Drittel. Wenn euch das zu kompliziert ist, keine Sorge, mir ist das auch zu blöd. Dann merkt euch einfach, je mehr Sonanium, desto besser. Wenn ihr jetzt alle 16 Batterien haben wollt, dann braucht ihr 4500 Sonau Energiekristalle bzw. 225 große Energiekristalle. Auf gut Deutsch, ihr müsst 13500 Sonanium oder 675 große Sonanium fahren. Eine volle Batterie eben immer 900 Sonanium oder 45 große Sonanium. Aber halt Stopp! Bevor ihr euch jetzt gleich genauso darüber aufregt, was das für eine Abzocke ist, wie ich es gemacht habe, als ich das rausfahre, hört mir erstmal zu. Erstens, ihr braucht bei weitem nicht alle Batterien, um das Spiel genießen und an alle Belohnungen und Quests kommen zu können. Da reichen deutlich, deutlich weniger. Und zweitens, die Sonanium kann man so endlich viel schneller fahren, als ihr es euch denkt. Also keine Sorge, ich zeige euch gleich die absolut besten Methoden dafür. Solltet ihr jetzt sagen, okay Zelda-Meister, darauf habe ich echt gar keine Lust, dann auch hier ein Tipp. Mit so neuen Energiesphären, Vorsicht, das ist etwas anderes als Energiekristalle, könnt ihr eure Batterie auffüllen, ohne neue Batterien holen zu müssen. Nutzt dafür einfach euer Fahrzeug, geht ins Inventar und aktiviert die Energiesphäre. Jetzt wird ein wenig eurer Batterie wieder aufgefüllt. Oder noch besser, nutzt große Sonau-Energiesphären. Diese füllen eure Batterie nämlich nicht nur wieder komplett auf, völlig egal wie groß sie ist, sondern ihr habt auch noch so einen blinkenden Balken um eure Batterieanzeige drumrum. Solange der da ist, verbraucht ihr überhaupt gar keine Energie, egal wie groß euer Konstrukt ist. Das ist gerade für den Anfang des Spiels gut. Aber Vorsicht, passt hier bitte auf. Diese Energiesphären, die ihr durch das Besiegen von Sonau-Konstrukten erhaltet, brauchen wir nämlich auch, um an den Kapselautomaten Kapseln zu erhalten. Also benutzt nicht allzu viele von ihnen. Aber das ist im Prinzip auch völlig egal. Auf diesem Kanal müssen wir keine Kompromisse machen. Denn ich zeige euch jetzt die einfachsten Methoden, um so schnell wie möglich ganz viel Sonanium zu bekommen. Denn sind wir mal ehrlich, wir alle wollen viele Batterien haben. Okay, wir haben also gelernt, dass wir für mehr Batterien so viel Sonanium wie möglich holen müssen. Wenn ihr so schnell wie möglich ganz viel Sonanium haben wollt, dann folgt am besten dieser Anleitung. Erstens, geht zum vergessenen Plateau hier auf der Karte und springt in dieses Loch im Nordosten des Plateaus und geht sicher, dass ihr ohne Fallschaden unten landet. Neben euch werdet ihr so eine leuchtende Wurzel sehen. Diese solltet ihr unbedingt aktivieren, denn durch das Aktivieren von solchen Wurzeln leuchtet ihr die gesamte Umgebung aus und ihr bekommt einen Abschnitt der Untergrundkarte. Mit anderen Worten, diese Wurzeln sind für den Untergrund das genau gleiche wie die Türme für die Erdoberfläche. Von dieser Wurzel aus solltet ihr im Südwesten, nicht weit weg, ein Gebäude mit Lichtern sehen. Das ist die verlassene Zentralmine, zu der wir jetzt hingehen wollen. Auf dem Weg dorthin könnt ihr Schattenfiguren sehen. Keine Sorge, das sind keine Gegner, sondern nur Statuen, die Waffen für euch halten, die vom Miasma befreit sind. Habt ihr also noch keine guten Waffen, dann nehmt die gerne mit. Mit denen kann man wirklich nicht viel falsch machen. Sollte es euch an manchen Stellen zu dunkel sein, dann schmeißt mit Air einfach einen Leuchtsamen und sie leuchten euch den Weg aus. Wenn wir jetzt an der Zentralmine angekommen sind, dann aktiviert einfach diese grüne Schaltfläche hier und ihr erhaltet die Bauautomatik. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr eure eigenen Konstruktionen speichern und später wieder, sofern ihr die nötigen Sona-Bauteile dafür habt, automatisch zu jeder Zeit und an jedem Ort zusammenbauen lassen. Das ist extrem praktisch und er spart uns enorm viel Zeit. Genau deshalb sind wir übrigens auch auf dem Plateau ins Loch gesprungen, denn dieses Loch befindet sich direkt neben der Zentralmine. Danach müsst ihr einen extrem einfachen Bosskampf machen und ja, der ist wirklich enorm leicht. Wenn ihr diesen Bosskampf schafft, dann bekommt ihr auch schon sofort 100 Sona-Energiekristalle, also direkt genug, um die Batterie schon einmal zu erweitern. Und dadurch eröffnet ein Minenkonstrukt in der Nähe einen Shop, wo ihr Energiekristalle und große Energiekristalle kaufen könnt. Das ist übrigens auch der Shop, zu dem ich euch immer empfehle hinzugehen, denn hier sind keine Gegner, er bietet beide Arten von Energiekristallen an und durch den Teleportpunkt auf der Karte ist man sofort bei ihm. Das ist jetzt unsere Basis für den Untergrund. Von hier aus können wir alles mögliche machen, um schnellstens ans Sonanium zu kommen, oder Zelda-Meister? Absolut richtig, von hier aus stehen uns alle Möglichkeiten offen. Bevor ihr euch allerdings gleich eure Lieblingsmethode aussucht und euch alle Batterien in diesem Spiel holt, noch ein kurzer, aber sehr hilfreicher Hinweis. Völlig egal, welche Sonanium-Farm-Methode ihr jetzt wählt. Ihr solltet versuchen, auf eurer Reise so viele Wurzeln wie möglich zu aktivieren, einfach damit ihr durch sie überall Teleportpunkte bekommt und immer genau wisst, wo ihr euch befindet. Insgesamt gibt es 120 Wurzeln und hier ist das Coole an der Sache. Auf der Weltoberfläche gibt es 120 Schreine. Achtung, die auf den Himmelsinseln zähle ich nicht mit. Na, erkennt ihr es? Unter absolut jedem Schrein auf der Weltoberfläche befindet sich im Untergrund eine Wurzel. Das bedeutet, wisst ihr also mal nicht, wo die nächste Wurzel ist? Dann schaut einfach auf eure Karte, wo sich Schreine befinden und guckt genau an dieser Stelle im Untergrund, beziehungsweise genauso andersherum. Jetzt sollten die Wurzeln absolut kein Problem mehr sein und eurer kompletten Karte des Untergrunds steht absolut nichts mehr im Weg. Aber gut, wie kommen wir denn jetzt an Sonanium? Erstens, ihr könnt Minibosse besiegen und ja, 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 okay, ich verstehe, dass manche von euch jetzt denken, Selder Meister, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, weil ich noch schlechte Ausrüstung habe und so weiter. Absolut keine Sorge, Freunde, da kann ich euch gleich die Angst nehmen, denn die Minibosse sind überhaupt nicht schwer und geben enorm gute Belohnungen. Es gibt fette Kröten, Hinoxe, Stahlhinoxe, Ivaroks, besondere Ivaroks, Konstrukte und gut, bei denen gebe ich es zu, Läunen. Die sind zwar bei weitem nicht schwer, aber auch nicht ganz leicht. Für jeden Miniboss, den ihr besiegt, bekommt ihr 20 Sonau-Energiekristalle. Also ja, ihr hört richtig, ihr bekommt kein Sonanium, sondern die bereits fertig umgetauschten, teuren Energiekristalle. Für alle 5 Minibosse bekommt ihr eine weitere neue Batterieerweiterung und das Besiegen eines solchen Minibosses dauert ca. 1-2 Minuten. Und das Gute ist, je öfter ihr das macht, desto schneller werdet ihr sogar. Und wenn euch das noch nicht überzeugt hat, dann lasst euch sagen, dass ihr zusätzlich zu den bereits 20 Kristallen auch noch Sonanium und wertvolle und starke Items und Materialien bekommt. Also ja, das lohnt sich richtig. Den Kröten müsst ihr ins Auge schießen und die Steine auf deren Rücken kaputt hämmern. Bei Ivaroks müsst ihr auch das Erz angreifen und bei Hinoxen müsst ihr ihnen ins Auge schießen, um sie zu lähmen und oder einfach so angreifen. Bei Stahlhinoxen müsst ihr auch ins Auge schießen und wenn es rausfällt, schnell darauf hauen, bevor ihr es wieder einsammelt. Erkennt ihr es? Es ist immer das gleiche Angriffsmuster und große Gegner, um euch Angst zu machen. Doch wir kennen ihre Schwachstellen und wissen genau, dass die nur auf Obermods tun, aber nichts drauf haben. Wenn ihr die Minibosse ausgerottet habt, dann kommen sie erst nach dem nächsten Blutmond wieder, der ca. alle 2 Stunden und 48 Minuten kommt. Also markiert am besten alle Stellen auf der Karte, wo ihr einen Miniboss gefunden habt, um später wiederkommen zu gönnen und euch diese geilen leuchtenden Energiekristalle zu holen und endlich mehr Batterien zu bekommen. Ich empfehle euch dafür so ein Totenkopf-Symbol, das für mich für Gegner steht, aber ehrlich gesagt, nehmt einfach was ihr wollt. Es gibt 40 hässliche Kröten, 20 Konstrukte, insgesamt 28 Hinoxe, 32 Ivaroks und 19 Leun. Außerdem gibt es Jägerverstecke. Jedes Versteck hat jeweils ein Schatzhaus mit roten Lampen am Eingang. Um da reinzukommen, müsst ihr den Jägersoldaten besiegen, der so rot leuchtet. In diesem Schatzraum bekommt ihr dann in einer der beiden Kisten 20, wer hätte es gedacht, so nau Energiekristalle. Das geht hier aber im Gegensatz zu den Minibossen immer nur beim ersten Mal, wenn ihr sie besiegt. Wenn ihr euch fragt, wie ihr zu solch hochgelegenen Orten kommen sollt, dann ist hier die Antwort. Mit einem Fahrzeug, das fliegen kann. Okay, aber da ich weiß, dass nicht jeder von euch ein Flugzeug bauen kann, beziehungsweise gar nicht weiß, wie das funktioniert, habe ich mir für euch die Zeit genommen und das effektivste und am schnellsten zu bauende Flugzeug in ganz Tears of the Kingdom rausgesucht. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Ventilatoren und eine Steuerungseinheit. Ja, das war's schon. Ich weiß, das klingt komisch, aber vertraut mir, Freunde. Das Ding ist wortwörtlich das beste Fahrzeug im gesamten Spiel. Solltet ihr diese Bauteile nicht haben, dann ist das selbstverständlich gar kein Problem. Geht einfach zurück zum Plateau und springt erneut in dieses Loch. Unten angekommen, wo wir ja schon waren, findet ihr direkt eine Werkstatt. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Nutzt so eine Stange und legt sie aufrecht auf den Boden. Jetzt nehmt so eine Steuerungseinheit und packt sie kopfüber auf die Stange. Vorsicht, ihr müsst sie einfach mit B ablegen und nicht mit A befestigen, denn diese Stange selber brauchen wir nicht. Dann nehmt so einen Ventilator und richtet ihn mit einer Neigung von 45 Grad zu euch und befestigt ihn dann mit A zentral an der Steuerungseinheit. Achtung, das Ding muss wirklich zentral liegen, denn sonst fliegt die Karre wie eine Gurke mit Flügeln. Jetzt nehmt das Konstrukt, dreht es und lehnt es so an die Stange an, dass die Steuereinheit nach oben zeigt. Jetzt einfach noch einen Ventilator als Hinterrad sozusagen aufrecht anbringen und fertig ist das Fahrzeug. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist das das beste Fahrzeug? Naja, ganz einfach. Erstmal, weil es einfach zu steuern ist. Des Weiteren ist es recht schnell, es kann nach oben, unten, rechts, links fliegen. Also es ist sehr beweglich in Höhlen und es hat nur wenige Teile und ist somit sehr klein. Das heißt, es passt überall durch. Damit ihr das jetzt aber nicht immer wieder erneut bauen müsst, speichert es in Bautomatik und dann könnt ihr es mit der Bautomatik immer wieder bauen lassen. Sofern ihr die nötigen Sonar-Bauteile dafür habt. Habt ihr die nicht, ist das auch kein Problem. Dann zahlt ihr einfach neuen Sonanium und es erscheint ebenfalls automatisch. Jetzt schmeißt einfach einen Leuchtsamen an den vorderen Ventilator als Frontlichter und fertig ist der Ferrari. Seid aber vorsichtig. Durch das Werfen des Leuchtsamens oder Riesenleuchtsamens, je nachdem was ihr haben wollt, mit R auf den vorderen Ventilator aktiviert sich das Bike automatisch. Schlagt deshalb nach dem Werfen des Leuchtsamens nochmal mit einer Waffe den Ventilator an, damit er ausgeht und nicht wegfliegt. Und jetzt könnt ihr euch da rausstellen und durch die Höhlendüsen. Beachtet aber, dass ihr fürs Frontlicht wirklich einen Leuchtsamen nehmen solltet. Der Sonau-Scheinwerfer geht nämlich nicht, weil er einfach viel zu viel wiegt und das Gleichgewicht unseres Fahrzeugs kaputt machen würde. Mit anderen Worten, unser Ferrari hätte einen Komplettschaden am Motor und ist unbrauchbar. Wenn eure Batterie leer ist, dann landet einfach und fliegt danach weiter. Eine weitere effektive Methode ist es, solche großen, von Gegnern bewachten Sonanium-Vorkommen zu suchen. Hier bekommt ihr entweder normales oder großes Sonanium. Wenn ihr die Gegner hier nicht besiegen wollt, dann setzt euch einfach Majora's Maske auf und die Monster werden euch nicht angreifen. Ich kann euch aber ehrlich gesagt nur empfehlen, sie zu besiegen, weil sie auch Sonanium droppen und absolut nichts auf dem Kasten haben. Die Erzvorkommen respawnen ebenfalls, genau wie die Minibosse, nach jedem Blutmond. Also markiert euch auch diese Erzvorkommen auf der Karte mit einem passenden Symbol. Noch ein kleiner, aber enorm hilfreicher Extra-Tipp. Fotografiert einmal ein Sonanium und dann könnt ihr es, wenn ihr dieses Foto im Hyrule-Handbuch auswählt, immer orten. Wenn ihr also in der Nähe von Sonanium seid und in die richtige Richtung lauft, dann fängt der Sensor unten rechts nämlich an auszuschlagen. Achso, ihr werdet übrigens auch auf etwas stärkere Bosse auf solchen Plattformen hier treffen. Zumindest, wenn ihr in der Hauptstory weit genug seid. Und das Geile ist, für jeden Boss, den ihr hier das erste Mal besiegt, spawnt eine Kiste, die euch 100 Sonau-Energie-Kristalle gibt. Also wieder eine komplette Erweiterung eurer Batterien. Ihr seht also schon, wie ich versprochen hatte, die Batterien lassen sich unendlich viel schneller farmen, als man anfangs denkt. Und ja, ich kann euch vollkommen verstehen, wenn ihr sagt, äh, Zelda-Meister, die Bosse sind mir doch etwas zu viel, ich farme lieber in Ruhe Sonanium. Denn mir geht das genauso. Aber halt stopp, das ist jetzt wirklich wichtig, also aufpassen. Selbst wenn die Bosse nix für euch sind, dann geht trotzdem hin, denn oft befinden sich in der Nähe extrem große Sonanium-Vorkommen, die wir unbedingt haben wollen. Doch Vorsicht, bevor ihr die kaputt schlagt, solltet ihr euer Spiel an genau dieser Stelle abspeichern. Denn wenn ihr aus den Erzbrocken nur wenig oder gar überhaupt keine großen Sonanium bekommt, dann könnt ihr einfach den eben gespeicherten Spielstand laden und die Erzbrocken erneut kaputt schlagen. Und das macht ihr so oft, bis ihr viele große Sonanium bekommt. Denn wir erinnern uns, große Sonanium sind mehr wert als die normalen. Das geht theoretisch bei jedem Erzbrocken einzeln, aber wenn ich ehrlich bin, lohnt sich das überhaupt nicht. Ich empfehle das nur bei Monsterlagern oder bei den Erzansammlungen in der Nähe von Bossen. Die letzte Möglichkeit für euch Energiekristalle farmen zu können, ist die schwimmende Arena, die sich tatsächlich genau unter dem Kolosseum befindet. In der schwimmenden Arena müsst ihr gegen 5 Läunen hintereinander kämpfen, die alle jeweils wieder 20 Sonau Energiekristalle fallen lassen. Also insgesamt 100 und damit wieder eine neue Batterieerweiterung. Und okay, ich erwarte selbstverständlich nicht von euch, dass ihr 5 Läunen hintereinander besiegen könnt, die der Reihe nach auch noch immer stärker werden. Damit das absolut jeder von euch schafft, was ich auf diesem Kanal erreichen möchte, habe ich mal wieder die besten Tricks im Spiel für euch rausgesucht. Und zwar könnt ihr mit R einen Qualmerling auf die Läunen werfen. Das hat zur Folge, dass die Läunen so blöd und orientierungslos rumstehen, wie ich, als ich mit meinen Freunden alleine durch England gelaufen bin. Diese Qualmerlinge findet ihr übrigens auch im Untergrund. Ein weiterer Tipp ist der, dass ihr dem Läunen ins Gesicht schießt, wodurch er gelähmt ist und ihr auf seinen Rücken klettern könnt. Und wenn es für euch zu schwer ist, ihn im Gesicht zu treffen, dann drückt ZR und packt dann mit dem Steuerkreuz nach oben ein Auge an euren Pfeil ran. Das sorgt dafür, dass der Pfeil automatisch einen Headshot landet. Es ist übrigens auch völlig egal, mit welcher Waffe ihr auf seinem Rücken zuschlagt. Diese Waffe verliert bei den Schlägen auf dem Rücken absolut keine Haltbarkeit. Der letzte Läunen hat eine Rüstung an. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr vorher mit einer Waffe auf seine Rüstung schlagen, die Steine kaputt machen kann. Danach verhält es sich genauso wie bei einem normalen Läunen. Achso, neben den Energiekristallen droppen euch die Läunen auch noch extrem starke Waffen und teure Materialien. Somit lohnt sich das Erledigen der schwimmenden Arena noch mehr als ohnehin schon. Für alle fünf Läunen zusammen solltet ihr jedes Mal so ca. 1200 Rubine oder mehr erhalten, zumindest wenn ihr ihre Hörner und Co. verkauft. Da es wirklich unnormal lästig ist, jedes Mal hier hinkommen zu müssen, empfehle ich euch ganz stark einfach ein Teleportmedaillon vor den Eingang der Arena zu packen. Okay, 139 Minibosse, die jeweils 20 Sonau Energiekristalle geben, macht insgesamt 2780 Kristalle. Dazu kommen noch die Erzvorkommen und die kleinen Gegner und das könnt ihr nach jedem Blutmond machen. Ihr könnt euch also pro Blutmond theoretisch, wenn ihr wollt und schnell genug seid, 32 Batterieerweiterungen holen. Also jedes Mal über 10 volle ganze Batterien, fast 11 Stück. Und insgesamt gibt es ja nur 16, wovon ihr mindestens schon eine habt. Also ihr merkt schon, es dauert überhaupt nicht so lange, wie man denkt, wenn man hört, dass man 13.500 Sonanium farmen muss. Aber stopp Freunde, das war's noch nicht. Jetzt kommen noch kurz ein paar enorm wichtige Fakten zur Batterie, die ihr unbedingt hören solltet. Erstens, wenn ihr bei der Schmiede alle Kristalle leer gekauft habt und noch mehr kaufen wollt, dann geht einfach zu einem Stall, zu einer Stadt oder zum Spähposten und schlaft dort. Jetzt sollten die Regale wieder komplett aufgefüllt sein. Zweitens, wenn ihr alle 16 Batterien gekauft habt, beziehungsweise alle eure Batterien blau sind, dann könnt ihr dort, wo ihr eure Batterien erweitern lassen habt, jetzt eure Sonau-Energie-Kristalle gegen Sonau-Bauteile eure Wahl eintauschen lassen. Allerdings bekommt ihr dort nur die Sonau-Bauteile, die ihr bereits als Kapseln in Kapselspendern gefunden habt. Drittens, man kann auch eine enorm seltene, große Batterie an sein Fahrzeug packen und somit circa, je nachdem wie viele Bauteile euer Fahrzeug halt hat, circa 4 Minuten mitfliegen. Diese Batterien kann man in wenigen Kisten, zum Beispiel in Streinen finden. Dadurch, dass ihr aber immer nur einmal hält, ist sie meistens eher nicht so praktisch. Und jetzt beglückwünsche ich euch ganz herzlich dazu, dass ihr absolut alles über Batterien wisst, was es in Tears of the Kingdom zu wissen gibt. Lasst dem Video doch super gerne einen Like da, damit ich weiß, dass euch solche hilfreichen Videos gefallen und ihr mehr davon haben wollt. Schreibt doch einen Kommentar, ihr wisst, ich beantworte eure Fragen immer gerne. Die Sache ist aber die, wenn ihr wirklich alles über Tears of the Kingdom wissen und einen perfekten Spielstand haben wollt, dann reicht es leider nicht aus, nur zu wissen, wie man Batterien bekommt. In Zelda Tears of the Kingdom müsst ihr euch viele Sachen, wie zum Beispiel Rüstungen, kaufen können, um sie zu bekommen. Und genau deshalb solltet ihr euch dieses Video hier jetzt unbedingt anschauen, denn in diesem Video zeige ich euch die mit Abstand schnellste und effektivste Methode in ganz Tears of the Kingdom, um Rubine zu bekommen. Wer das verpasst, ist selber schuld. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.